Grüezi miteinander. Bevor es mit den sechs grossen Parlamentsparteien losgeht, sehen wir uns zum Abschluss der kleinen Parteien eine politische Kraft an, die nicht im Nationalrat vertreten ist. Die Alternative Liste. Die Alternative Liste wurde 1990 gegründet und ist heute nur noch im Kanton Zürich aktiv. In der Vergangenheit existierten Sektionen in den Kantonen Schaffhausen und im Aargau. Die AL kämpft für eine solidarische Gesellschaft ohne Ausbeutung. Sie setzt sich ein für die Gleichberechtigung gegen jede Diskriminierung und gegen die Zerstörung der Umwelt. Wenig überraschend ist die Alternative Liste ein Bund von linksalternativen Menschen, die sich jenseits bestehender Parteistrukturen für ihre Ideale einsetzen. Warum sehen wir uns eine solche Partei, die nicht im Nationalrat vertreten ist, überhaupt an? Das hat mehrere Gründe. Die AL erreichte bei den Nationalratswahlen 2019 im Kanton Zürich einen Wähleranteil von etwas mehr als 1,9%. Wir wissen, je mehr Sitze ein Kanton zu vergeben hat, desto niedriger wird die Mandatshürde. Umso grösser sind also die Chancen, dass auch sehr kleine Parteien in den Nationalrat einziehen. Gemessen daran und an der Tatsache, dass der Kanton Zürich dieses Jahr sogar 36 Sitze vergeben kann, also einen Sitz mehr als noch vor vier Jahren, fehlende Alternativen Liste gar nicht so verteufelt viele Stimmen auf einen Sitz im Nationalrat. Bei den Zürcher Kantonsratswahlen vor einigen Monaten konnte die alternative Liste ihre soliden Ergebnisse mehr oder weniger halten. Sie erreichte zürichweit 2,6%, während ihre Hochburgen natürlich in den Städten liegen. In Winterthur erreichten sie über 4%, in der Stadt Zürich zwischen 5 und 11,5%. Wenn sie also wirklich gut mobilisieren und dank des Panaschierens auf vielen anderen Wahlzetteln im Herbst aufscheinen, ist es zumindest nicht unmöglich, dass die AL einen Nationalratssitz erringen kann. Im Zürcher Gemeinderat ist die alternative Liste mit 8 Köpfen vertreten, im Kantonsrat mit 5 und im Winterthurer Stadtparlament mit 2 Abgeordneten. Die Räte und politischen Aktivisten der Alternativen Liste zeichnen sich durch ihren Pragmatismus und ihre leider oft zu wenig wertgeschätzte Sachpolitik aus. Wenn du ideologischen Klamauk, irgendwelche Metadiskussionen oder Ähnliches suchst, bist du bei der Alternativen Liste definitiv falsch. Hier geht es um ganz konkrete und nüchterne Verbesserungen der Lebensverhältnisse in den jeweiligen Einflussbereichen. Und solche erzielte die AL in ihrer doch kurzen Geschichte bereits mehrfach. Dank AL-Initiativen für faire Krankenkassenprämien sind die Prämienverbilligungen im Kanton Zürich deutlich höher als vorher. Davon profitieren die Ärmsten. Sie haben sich erfolgreich gegen neoliberale Pläne zur Privatisierung des Zürcher Elektrizitätswerks gewährt und sie haben eine kantonale Unternehmenssteuerreform verhindert, die Banken, Konzernen und Versicherungen ein Steuergeschenk von 100 Millionen Franken beschert hätte. Zudem stimmte 2009 das Zürcher Kantonsvolk einer AL-Initiative zu, die die Pauschalbesteuerung und damit Steuergeschenke für ausländische Millionäre beendete. Und vor wenigen Monaten stimmten die Stadt Zürcher und die Wintertourer für einen städtischen Mindestlohn, den natürlich auch die alternative Liste unterstützte und mit vorangetrieben hat. Wiederum profitieren die Ärmsten. Damit lassen sich vielleicht keine reisserischen Phrasen dreschen, aber von der Politik der AL profitieren Menschen im Kanton Zürich ganz konkret. Sie möchte günstigen und lebenswerten Wohnraum, Entlastung für die Ärmsten, moderne und gut ausgebaute Infrastruktur, Zugang zu Kultur für alle, keine explodierenden Krankenkassenprämien oder starke öffentliche Betriebe unter parlamentarischer Kontrolle. Das ist alles ziemlich mühselige parlamentarische Arbeit. Umso dankbarer können wir sein, dass sie geleistet wird. Unter anderem durch die alternative Liste im Kanton Zürich. Wer sich also einer linksalternativen Bewegung anschliessen möchte, die sich der sozialen Frage verschrieben hat, der findet hier vielleicht eine politische Heimat. Und vielleicht hast du sowieso viele Überschneidungen mit den Kandidierenden der AL im Kanton Zürich. Und gibst dir dank des Panaschierens auch ein paar Kandidaten und Parteienstimmen. Du kannst deine Nähe zur alternativen Liste herausfinden, wenn du deine Antworten bei SmartVote mit den Kandidierenden des Kantons Zürich vergleichst. Danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal mit der ersten grösseren Partei. Ich zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017